Die Süßkirsche Cassins frühe Herzkirsche wurde um 1860 im Brandenburgischen Werder an der Havel gefunden. Sie ist robust und sehr anpassungsfähig und gilt als guter Pollenspender. Der Baum wächst mittelstark bis stark mit einer breitrunden Krone und ist geeignet für geschützte Lagen bis in mittlere Höhen. Die Früchte sind dunkelbraunrot, vollreif, häufig ganz schwarz. Das Fruchtfleisch ist weich und saftig und schmeckt angenehm süß-säuerlich. Diese Kirschen werden in der ersten und zweiten Kirschwoche, also vom 24. Mai bis 18. Juni reif und sind hervorragend für den Frischverzehr geeignet.